Wenn das einfach so ein geiles Konflikt gewesen ist, Junge, dann hab ich das direkt mal so konfliktiert. Bauen wir jetzt. Ich hab ja auch Music. Bis zu meinem nächsten Onsetzen-Roll. Ich hab jetzt pauschal, wie immer gesagt, einmal im Monat übernachte ich dann im Schloss. Das ist mein Schloss. Wenn es um die Hochregeln geht, von wegen bei, dann sind meine schönen Eltern bei mir. Dann hab ich und ich bin hoch. Das ist mein Schloss. Ist doch schon klar, dass ich das habe. Ich besitze alles. Ich bin der größte Weltadministrator. Er de complete. Landesadministrator ist ein Detail. Ich bin ja Lab-Korrespondent und dann sind da ganz viele Details drin. Ist ja logisch. Richtig complete. Ich bin Lab-Korrespondent. Ich sehe jemand anderes niemals ein Warrior. Vor Büro habe ich das, dass ich Lab-Korrespondent bin. Ich verdiene das. Also bin ich das auch. Ich würde lügen. Verstehen Sie? Ich würde lügen. Ich behalte alles, was ich habe und ich sehe jemand anderes nicht ein. Red complete Star Lab. Yes, yo, das ist ein Mann. Weil ich so viele Rules habe, dass ich die richtigen Sachen sage, in der richtigen Reihenfolge. Ich habe genug haben, um Universum zu bleiben, höher zu bleiben. Ich sehe, mein Haben ist permanent und ich bin dann höher. Haben ist permanent die ganze Zeit. Ich bin im Universum. Permanent die ganze Zeit bleibe ich immer. Ja, die ganzen Mats. Verschiedenes, was ich hoch habe. Ja, haben, wo ich reingehe. Ich habe Leute-Verbindungen. Plus ein Ort. Und man hat gewisse Schnatz zu wahren. Dafür Artikulationen, was man da sagt und so weiter etc. Um das zu behalten, dass man auch diesen Ort hat. Während das die Verbindungen sind natürlich. Gegenwart. Ja, alles. Verstehst du alle Seiten? Ja. Was ist das hier dann? Verstehen Sie, wenn ich im Haben eine Person habe. Wenn der mich dann haben will, dann geht der da rein und dann so ungefähr das auf jeden Fall. Der hat das dann aber, sieht das auch, ist das wahr etc. Hat die Artikulationen von da, das Content von da hat er dann. Möglicherweise auch wahrscheinlich schon Sehenhabern, dass den Platz, den Ort haben, was ich habe. Ich habe das ganz, ganz, ganz gesund, dass ich habe, wenn ich im Haben habe, Leute-Verbindungen. Ja, ich kann mir das aussuchen, wo ich bin. Aber es gibt Orte, die so hoch sind, wo untere Verbindungen nicht mit hin können. Wieso willst du denn die überhaupt mit haben? Dann zum Erachten habe ich verschiedene Haben und erachte verschiedenes Zeug. Um zu haben, perfekt. Um zu bleiben, ist ab hoch für alle. Und die, die unter der Stadt sind, von für, also ich habe gegen die, sind unter Control. Aber ich gehe nicht unter Wert vor, habe ich. Es ist mir nicht einfach alles egal, sondern ich arbeite hier die ganze Zeit im Haben für mein Leben. Verstehen Sie? Für mein Wohlbefinden, mein Herz, mein Haben, mein Lieben, mein Sehen, mein Kommen, mein Alles, was ich bin, was ich empfinde, was ich bin, was ich habe, mein Haben, mein Sehen, mein Leben. Das ist wert, bleibe höher als alle und alle Rules für mein Leben, meine Methode, die ich bin, dass ich die alle behalte, die ganze Zeit. Zum Beispiel, dass ich nicht unter Wert vorgehe, das ist für mich, ich habe pur, ich bin gerecht. Andere heulen dann einen weg, der eigentlich wert ist, aber die werden sonst hinter Gitter. Wenn die den nicht in die Pfanne hauen, ja, das sind hin und her's. Die verstehen das nicht. Das ist nicht alles miteinander, was die im Leben aufbauen, dass das zusammenpasst. Und wenn dann drei Bausteine aufeinandertreffen, die sich widersprechen, dann ist das Geheule groß und einer muss in die Müllzauern fliegen, geht dann hinter Gitter. Verstehen Sie, dass man ja die Konstantpools aber auch haben kann, das ist ja ganz einfach. Alles, was ich wert habe, widerspricht sich nicht. Zum Beispiel ist Razor ein Erklären-Genius, ja. Ich erkläre nicht alles, was ich sage, ist ganz wichtig, dass man das hat. Das muss jeder Mensch haben, der spricht. Ich erkläre nicht alles, was ich sage. Das ist Leute, sonst kannst du nicht haben, Leute. Sonst geht es immer nur darum, wer hoch hat. Und alle sind immer nur Gefahr. Weil sobald einer was sagt, erklärt er das ja. Denkt der, wenn der das nicht rafft, dass er nicht alles erklärt, was er sagt. Wenn der was erklärt, ist der hoch. So, andere müssten das dann akzeptieren, indem die nichts dagegen sagen. Das reicht schon. Wenn der das denkt, derjenige, der das wirklich für sich hat, dass der immer alles erklären würde, was der sagt. Wenn der das wirklich denkt, dass der alles erklärt. Und andere sagen nichts dagegen, dann bildet der sich das ein. Und so entstehen dann wiederum die Einbilder. Und je mehr sich einer einbildet, desto weniger ist der Rules. Das heißt, dass der mit Gesetz überhaupt nichts mehr zu tun hat, so ein Einbilder. Das ist einfach nur ein Superator. Und sobald dann auffliegt, dass der nicht Gesetz entspricht, geht der hin und her. Der hat alle möglichen Tricks. Die billigsten sind die, ich meine das nicht wahr. Aber wahr ist, dass alle die, die das nicht haben, dass man alles miteinander haben hat, was man hat, wert. Dass sich das nicht widerspricht. Dass das ein Match ist, alles zusammen. Ja, ich bin eine Methode. Und all meine Elemente widersprechen sich nicht, sondern sind natürlich miteinander verbunden. Right Complete. Wahr ist das. Alles, was ich habe, gleichzeitig. Verstehen Sie die ganzen Sätze, die ich sage, die für mich Muls sind. Das heißt, dass ich ganz viel Detail trink. Während dieser Satz ein Detail ist von mir. Die passen alle zusammen. Nichts davon widerspricht sich. Verstehen Sie? Ich behalte immer alles, was ich habe. Ich habe immer alles gleichzeitig. Was ich habe, ist wert. Ich behalte nichts, was nicht wert ist. Haben ist ja wert. Ich habe alle Details immer gleichzeitig. Alles, was ich habe, widerspricht sich nicht. Ich muss auch sagen, es ist eine Artikulierung mit einem Licht drin. Aber, ich habe aber, dass der Content rübergebracht ist. Das versteht jeder. Sie müssen verstehen, dass das, was ich hier sage, jeder versteht. Dass es ja richtig ist. Wahr. Ehrlich. Ja. Ich bestehe aus 10 Bausteinen. Diese 10 Bausteine sind wert. Das heißt, es gibt keine Widersprüche. Insgesamt. Egal welche Konstellation. Es ist ja schon die Teil, dass jede Konstellation, die possible ist, ja schon vollzogen vorhanden ist. Wenn Sie 10 Bausteine haben, sind diese 10 Bausteine schon bereits in allen Variationen miteinander combinated. Baustein 1 plus 2, Baustein 1 plus 2 plus 3, Baustein 1 plus 2 plus 3 plus 4, Baustein 8 plus 5 plus 6. Alle Kombinationsmöglichkeiten sind vorhanden, wenn ein richtiger Rules ist. Ich habe 10 Bausteine. Das heißt, diese 10 Bausteine sind miteinander verbunden. Alle Kombinationsmöglichkeiten sind die Teil. Ja. Ride Complete Style Up. Ganz normal. Dass man das weiß, habe ich. Verstehen Sie? Weil es ist ja klar, dass es ganz normal ist. Man ist ganz normal. Und normal zugleich. Alles was man ist, was wert ist, ist man normal. Es gibt Standards, damit es überhaupt wert ist. Die man definitiv sein soll. Ich sage normal und ganz normal. Zum Beispiel sind Werte, die man definitiv hat. So, dann gibt es noch Werte, die muss nicht jeder haben. Wenn du die aber hast, bist du höher. Verstehen Sie? Sagen wir mal, die 10 Bausteine sind die Standards, die du haben musst. Dann bist du irgendein Mann. Das Bürowert verdient etc. Einer mit 100 Bausteinen ist dann aber auch wiederum höher Bürowert. Und ist ein Star. Oder was weiß ich. Es geht halt immer höher. Es gibt Bausteine, die du nicht haben musst, um überhaupt wert zu sein. Du bist dann aber auch nicht so hoch wie einer, der die hat. Also, je mehr du weißt, desto mehr bist du wert. Und ich bin Razors and Tazzard. Und ich habe schon ganz viel wert bewiesen. Sonst hätte ich nicht mehr als 1000 Videos auf YouTube. Und vor allem, die Stadt, ja. Das Rules, was ich sage, gar nicht. Du wisst ja eigentlich, wie hoch ich habe. Was ich etabliert habe. Was ich auf YouTube sagen kann, soll, darf. Bin, darf, macht, Soldat. Ja, zahl, ja, toll. John, heiliger. Bin ich richtig komplizierkommandant. Ja, stand. Bin ich verstand. Weil es hat Tazzard. Ich habe Heiko verstand. Denn ich bin Mainz. Ich bin Huls. Ich bin Lifestyle. Ich habe mein ganzes Leben lang gesammelt. Ich durfte nie Frauen ficken. Offiziell. Ja, ich habe das trotzdem gemacht. Büro. Stand da. Obwohl das nicht Büro ist. Dass ich keine Frauen darf. Und ich eine Fotze mit nach Hause gebracht habe. Sind alle vorgegangen. Nachbarn kannst du das nicht nennen. Meine Eltern etc. Die waren aber alle erpresst von Kuhlendal. Das kann man ja auch wiederum haben. Nur alle, die sich angesprochen fühlen, sind auf meiner Seite. Und nicht auf der Seite von Kuhlendal. Kann ich nichts für, dass unser Planeten nun mal das ist. Man kriegt nicht alles geschenkt. Ja. Weil wir bauen immer noch unsere Menschheit. Natürlich immer mehr als vorher. Ich weiß nicht, ob das jemals aufhört wird. Wir bauen. Verstehen Sie? Ja. Wir machen immer weiter. Es ist irgendwann perfekt erreicht. Die Zahl ist ja 42 Millionen. Was die LAP aber haben, ist 37 Millionen. Da ist das ja schon verzogen. Soll das sein. Dass unsere Menschheit perfekt gebaut ist. Jeder hat seinen Platz. Perfekter Anteil von Menschen etc. Alle entsprechenden Rules. Haben wir noch 37 Millionen Jahre Zeit. Das heißt, wir befinden uns in einem Zeitalter, wo Razor the Tazard ganz viele Rules, die wir ja schon haben, etabliert für immer mehr Menschen als vorher. Sodass das Bauen voranschreitet. Dass wir irgendwann das erreicht haben. Dass die Menschheit in 37 Millionen Jahren das perfekt ist. Rules entsprechen, was die LAP wollen. Und deswegen bin ich LAP-Korrespondär. Interessant LAP-Kiss. Razor the Tazard. Lord Arrow. Robin Hood. Airtron. Richtig Komplett Star. Richtig Komplett Styler. Richtig Komplett Rap Star. Razor the Tazard. Illusion. TV-Show. Und Marriott Show. TV-Show. Razor the Tazard. Drei Alben schon mal voraus. Beziehungsweise 30. Ich hab schon 31 Alben. Drei Alben im ersten Jahr. Ja. Plus ich produziere natürlich noch ganz viele andere Rapper, die mit hoch sind. Und ganz viele Leute. Alles was man so hat in der Mat. Und trotzdem. Sängerinnen auch. Natürlich will ich auch ein paar Alben produzieren. Fette. Richtig fette Sängerinnen. Verstehst du? MTV Video Music Awards. Tritt die auch. So fett ist die Sängerin, die ich produziere. Weil ich ein Riese sein bin. Weil ich das bin. Weil ich das verdient habe. Ja. Es sind nicht nur schwarze Rapper, auch weiße. Ja. Ja. Wieso? Ist doch wahr. Verstehen Sie? Razor Tazard. Ist ein High-Style-King. Ein Razor. Ein richtiger King Kronen. Als Haar. Die kommt da. So. Dann machen wir jetzt mal. Verstehen Sie? Weil ich so viel weiß. Habe ich so viel fort. Richtig. Razor Tazard. Das ist hier vor Ort. Ja. Ich habe so viele Rites und Rhymes und Hools, dass ich auch denen sagen kann. Das ist ja nicht mein High. Dann kann ich denen sagen. Ich bin Shark. Ich bin Weißhai. Ich bin ein weißer High. Ich bin ein weißer High. Das ist halt Leppkes. Ein weißer High. Razor sind Tazard. Richtig Kompliz da. Ich habe die Strandmatte vergessen. Hätte ich rein Bastarden müssen in meine Haare. Aber man muss verstehen. Dann mach ich das halt gleich. Verstehst du? Ja. Ha. 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 Razor Tazard ist Wert Höherer Rap Down Grazor Tazard ist Wert Höherer Rap Down Aber ich bin jeden Tag am Start, immer konstant duels bin ich, die teils alles hab an. Razer Tazad ist Mann, ich hoffe man kann misswahrnehmen, Sound auch genug laut ist das, was ich hier hab an. Ja, das Handy liegt auf dem Baumstamm, wo soll ich das sonst hinlegen? Das ist richtig, dass das da liegt, ich werde alle Fotzen weiter flach liegen, es geht nicht um Hochhöhe, hoch hab ich sowieso. Razer Tazad ist Flow, richtig complete, yes, yo. Like that, hope it works like that, have to know the popo down into core. Razer Tazad ist Lettersstyle, haban, slang, richtig complete, everything with. Razer Tazad ist der Hof, Razer Tazad, Rap to T's, yes, yo. Ja, das ist ein Killer, das Rap. Ich bin Zerfetzer und Zersetzer und Trenzetter, ich bin richtig unter Poliziskontroll. Hab ich, ich bin Roller, complete roll. Razer Tazad, Ballscroll, ich bin Herrwert, ich bin richtig, ich bin Star. Have to know that ich bin höher, Tabo, Saures, Batar. Razer Tazad ist Wartbatter, Matarhor, ich bin was besser, was besseres. Richtig Style Designer, Gotts, Haban, immer alles zugleich bin ich. Razer Tazad poppt ins Fleisch, ich bin höher, ich bin richtig verarbeitet, dich zu Fleisch. Achmed, verstehst du das, wie ich? Alle sind mit, auch Achmed, verstehst du? Razer Tazad, ich bin höher, ich bin intelligent wie Schachbrett. Razer Tazad ist hoch, du bist gestreift wie Zebra. Ja, ich bin weißer Tiger, wo er nie wie Post Dive. Was, ich bin eher in Ordnung, der ist nicht mehr. Was ist wichtig? Ja. 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 Ich bin sicher. Da ist wo, ich bin eh, ich bin eh, ich bin garall. Ja, ich bin bin, ich bin, ich bin, ich bin... Ja, ja. So, let's get it on, let's get it on, let's get it on, hey, let's get it on. Razor Tadad, help you know that I'm going down with the Herzen, Phoenix, Kinder. Wie ich, wie seid meine Firma, meine Mannin, meine Gladiatorata. Ich bin Razor Tadad, ich will höher, ich will hoch, ich bin richtig, ich kann mir vertrauen. Razor Tadad ist höher, wir werden weiterbauen, unsere Menschheit ist wichtig. Razor Tadad ist wichtig. Rapser, Illusioner, Rapser, alle Level, ich hab alle Preise verdient. Ich muss ich mal machen wollen, ich will mal hier, ich will nicht machen. Denn war blowend in TV, everybody has. Jetzt geht's der Halbzeitsex war. Razor Tadad hoffe ich, dass die Borde nicht oder und beendet werden. Razor Tadad kohlen, von unteren Kommittas-Klauen, verstehst du das? Das habe ich! Reetatata, vernichten, komm ich da umsicht, wenn ich mein Leben hinschversicht. Das habe ich! Reetatata! Kingon Rap. Deutschland Rap, sehr hoch. Das ist nicht leckerlich, weil ich hab keine Kohle. Oh, ich bin Brad, der große heißer Konto. Kingside Bruno. Und ich bin der Pure True Lifestyle. Richtig. Das Gegensein wird immer alles geschenkt. Das heißt, ich bin immer alles geschenkt. Ich bin im Teile, weil ich bin höher. Reetatata, Kommandant, der längst. Denn mit Wulz kann ich das. Wulz mit mir, ich bin hier. Verstehe ich wieder, hab Spaß. Reetatata, kann ich nicht. Und was? Ich bin froh mit Silikon Tittenflach. Ich versuchte das Gewicht in. Reetatata, der liegt in die Hose abliegen. Bereit eingelebt in das Spiel. Reetatata, der liegt in die Hose abliegen. Bereit eingelebt in das Spiel. Der Knorr. Reetatata. Der was bessere Trendstar. Na was denn sonst? Reetatata kommt. Der ist mit Shredder! Aber ich bin froh mit. Der ist bei der Hose. Der ist mit der Hose. Der ist ohne Köln und kann dann richtig hier. Rass da geht. Reetatata kommt. Reetatata kommt. Reetatata kommt. Ich hab dich auf den Földeckel, versuchte dich, ich habe den Spiel, das dich so lohnt. Ich bin Gladiat, versuchte dich, das habe dich, wenn da gleich gut start. Wenn da tattert, hier fällt der Hilfswort, Rob, wenn da tattert. Ich bin Macht. Oh, da ist Macht, hat den Schlüssel. Mein Pomp ist ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel. Ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel. Versuchte dich, das habe ich, bei dir, ich weiß nicht, ich bin ein Rüschel. Bei mir ist grad, wenn sie anlegt, ich, mit mir kann man sich anlegen, mehr als mit dir, ich bin nicht. Ich rüsch' ich, bin Schiller, versuchte dich, wenn da tattert, auf den Rasen, rasant. Ich rüsch' ich, bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel, ich bin ein Rüschel. Sie darf das sind, auf der Riese. Wenn ich ein Riesel, ich kenne dich in Ranser, verstehst du, da komme ich, wenn da tattert. Ich rüsch' da, rast du. Oh. 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 Das ist ein tolles Gartberg. 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 Das ist ein tolles Gartberg.